Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Wird ja mal Zeit, dass das hier auch mal weiter geht, nicht? Ich bin voll raus wahrscheinlich, aber naja, wir gucken mal, was das gibt hier. Ich muss ja meinen Freezing gemacht hier jetzt auch mal mit Max Payne mal testen, damit ein Klassiker auch ganz gut geht. Aber das sieht nett aus. Scheint so. Witzig, dass die Frametime dazwischendurch so krass einbrich bei dem Spiel. Ob er nicht spürbar ist. Das war mit Sicherheit ein Messfehler, weil Privatuner-Statistik-Server sich mit OBS wahrscheinlich beißt. Ja, Overlay aus, fertig. So. Geht anscheinend nur dort durch weiter. Ja, dann schauen wir doch mal. Die Tür, die Tür. Nur die. Okay. Kümmer dich um mich! Was fängt denn hier sinnlos? Feuch klingt! Achtung! Jaa! Wie hochringt die Tür, was klingt... Die Tür. ich habe ihn wohl erledigt aber ich speichere das mal eben und dann gucke ich mal eben so da sind wir wieder, willkommen zurück ich vermute mal, dass ich dieses TMS S3D für ERX anschalten muss das klingt sonst noch wenig sehr dumpf irgendwie naja wir gucken mal das kann nicht weiter geht ich habe hier jetzt halt eine andere Karte mit anderen Treibern wie zuvor womit ERX halt funktioniert eben ich habe an meinem neuen Mainboard da ist halt keine PC Schnittstelle mehr und irgendwie braucht man dann ein Ersatz für das ursprünglich genutzte Prodigy 2 Cloud Device ne als Steckkarte so ist das halt ja mieten wir uns mal die ganzen Steck hier ja Windows 10 an und für sich wäre jetzt nicht das Problem weil das halt auch Voraussetzung ist hier für Pre-Sync oder Adaptive-Sync mit diesem G-Sync Compatible das was mit der Nvidia Karte halt funktioniert die unterstützen das mittlerweile ja auch Windows 10 ist halt Voraussetzung sind wir mittlerweile auch umgestiegen das ist aber eigentlich auch ganz okay ich meine das ist halt seit 2015 draußen das ist ausgereicht es gibt ja nicht so viel zu meckern im Vergleich so wo ist die Egel wo haben wir wohl nehmen die Stone an der Hand Tja, das ist gerade jemand gekippt, aber, wie du siehst, ist ja jemand wehren, ne? Das sah witzig aus. Jetzt nicht rein, dann geht's runter, okay. Da liegen welche. Mal erstmal schön umgucken. Na, die heben wir uns wohl noch auf, können wir bestimmt gebrauchen. Was sagt mir ich zu einem neuen Geschäft? Ich arbeite mit allen Farben, außer grün. Was zum Teufel soll denn das... Hier geht es... Ich hab's noch bewegen sollen, konnte aber nicht... Ich bin zu lame wohl hier, ne? Aber gut. Dann nochmal. Na, vielleicht erstmal doch bei dir lang. Wie schmiss man denn eigentlich noch Granaten? Das ist mal ne Frage, ja? So jedenfalls nicht. Ich muss tatsächlich nochmal die Steuerung gucken. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwann, ne? Äh, mit M... F oder Mp3? Mp3. Also mit F. Okay. Nidl haben. Mp3. Nidl. 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 Hier ging aber mächtig getrost ab, Freunde. Hier unten gehts gar nicht weiter, okay. So. Ja, Freunde, na gut, dann kommt mal ran hier. Hm, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, wer weiß. Kann man so auch mal durchziehen, ne? Heißkohl. Oh, wir haben auch einen ARK. Ein Dollar Sneaker. Ja, gucken wir, wenn wir hier durchkommen. Ups. Oh, das habe ich geahnt, dass da hinten richtig was abgeht. So, aus der Erinnerung raus kam dann hier nämlich ne ziemlich krasse Passage. Da wurde es echt verdammt schwer. Ja. Aber gut. Okay, wenn wir es schon machen. Na, noch einer da. Offenbar nicht mehr. Wir reißen mich ganz gut runter. Mach mir low hier. Wie sau. Säcker. Oh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das echt... ein ganz anderes Gefühl mit diesem Freezing-Zeug. Das hat schon was. Das kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Lieutenant Jim Ravura betont, dass Sex bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass Sex Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detektiv Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen frühere Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sex ermittelt wird. Ja. Was? Gut das reicht. Hm. 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 ja bin ich aber nachher gespannt aufgenommen das sah ich so aus als wenn wir dort ankommen und dann kippt das ding ja erst um anstatt dass es gleich dort liegt da fiel dann wohl der script auf so was geht denn jetzt hier einfach vielleicht kommt mir eine granate wieder entgegen ne diesmal nicht an der treppe ja die sounds sind schon nice das macht spaß jetzt wieder ja da kommen fau dich ja klasse auch gut ihr habt voll ein Ei am wandern bis jetzt rüberspringen das ist bestimmt schön schief oder auch nicht na gut na ja wissen wir schon dass es nach oben auf jeden fall weiter geht ganz klar da kam irgendwo die decke runter ja hoffentlich ist ne chancen neun hehehe campen bringt nichts ist wie bei counter strike früher oder später bist du weg vom fenster hehehe das ist wie bei csgo so leute dann hast du verloren dann hast du verloren die haben schon tief gefallen so böse böse hier kam ich geradezu moin woher was ist heuer abend jetzt Leute für euch das ist ein blog bisschen später wurden es umgefallen verstanden das hier ist eine nur über meine leiche Situation da ist ein eindringlich möglicherweise auch mehrere aber hier kommt niemand in die vorbei ja traut euch nicht ok da komme ich anders zu euch oder doch nicht äh da hm müsste da nicht die tür aufgehen was zum geier britzelt hier so hm die unscheinbare tür ja ja mir geht die energie ganz schön low haben sich hier verkrankt da gespült hier wo ich ja nicht ich könnte mal wieder ein bisschen äh putzlinden action eh ja ja hätte nicht sein müssen hmhmhm oh ich kann mich da nicht mehr rück ich kann mich da nicht mehr rück ich kann mich da nicht mehr rück das ist nicht so einfach ja äh hier ging es so ne oh shit ja ich hätte speichern sollen bevor ich diesen sprung da gewagt habe jetzt habe ich die a karte jetzt habe ich die a karte ja was ist denn hier 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 ist ja wirklich krass da hier ist ein bisschen so hoch ich denke da das ist okay fett ich nehme mal alles mit hier können wir raus gucken ich denke ja nicht wir müssen hier tatsächlich rüber ne war das an und für sich doch wichtig dass ich das nicht hochgejagt habe jetzt ist es halt zu spät nehmen wir das brettchen hier nein hat nicht gespeichert ne wo sind wir hier eigentlich gibt es auch nur diese eine Tür und die sieht nicht aus wenn wir mal da hinkommen äh äh he na ja verzeihls ist ja ganz nett so zum wieder reinkommen dass wir die steuerung wieder aufträgt ne kann man mal machen und er schreckt und er schreckt und läuft und läuft und läuft so weiter jetzt wo ich hier speicherungs-x mal mache, da funktioniert es nicht er ist nicht stark genug, kriegt die fensterscheibe einfach nicht zerklopft aber er haut Macken rein, oder? dass ich das richtig sehe jetzt hat er gar keine Kraft mehr okay, auch nicht Wlad hatte gesagt, Cornetti schaltet seine Konkurrenten aus hatten die Cleaner deswegen Wlads Waffenlager ausgeräumt? der Raum war voller illegaler Feuerwaffen genug für eine ganze Armee Mona, diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet absolut professionell von hier aus sieht das aber ganz anders aus was soll das heißen? ich glaube hier ging gleich ich löse die Kosten ab das ist halt schon zu lange her ich erinnere mich da nicht mehr so wirklich und worauf ich mich so gar nicht freue ist eine bestimmte Stelle wo man so einen Typen beschützen muss das wird definitiv hier im zweiten Teil später noch kommen und das ist halt nicht so einfach es sind viele Tonnen ich weiß nicht, dass er denn den 키omen nicht gefallen will dass ihr denn den Tauer nicht gefallen will war das doch 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 ey wenn wir das nicht rein, okay jetzt nicht rein, okay auf jeden fall den gehört irgendwo richtig fest oh shit oh shit oh shit äh da könnte echt sehr böse endlich erwischen aber das ließ wohl ganz gut aus oh shit von wo von oben oder von unten da ist er sauber sauber den erwische schon noch ich glaub runterspringen ist ja nicht so egal oder eigentlich nicht ich kann dich spüren so 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 Barspüle funktionieren hier nicht so, ne? Ich hab da so eine Idee mit. Geht nach oben. Okay. Niemand zu sehen. Kann man die nicht aufmachen? Da ist nicht irgendwie fast drin. Dann halt nicht. Ja, das hab ich mir so eigentlich nicht gedacht und wollte ich nicht so machen, aber nur F9 ist schnellladen. Okay. Gut, gut. Komm schon, was schaffst du, Junge? Wo denn? Hm. Gibt's doch nicht. Naja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ja, und dann bis bald, wenn's wieder heißt Max Payne oder was anders. Bis dahin, macht's gut oder besser.